Erinnerst du dich noch an Dirty Dancing und Rocky? Hast du zu 99 Luftballons oder der Final Countdown getanzt und dabei Schulterpolster getragen oder Jeans mit weissen Streifen? Nein, viele schon. Wie viele von euch sind zwischen 1965 und 1980 geboren? Wie viele in diesem Raum? Ah, das sind doch einige. Dann haben wir etwas gemeinsam. Wir sind die Generation X. Und wir stehen in der Mitte unseres Lebens. Und eine ganz, ganz frappante Eigenschaft hat ja diese Generation X, weil wir standen ja schon immer in der Mitte. Wir standen schon immer in der Mitte. Wir kannten das Wähltelefon mit dem Zahlenrad und das Smartphone. Wir kennen das Brettspiel und die Videogames. Wir kennen den Telefax und die E-Mail. Spannend. Wirklich spannend. Wir sind die letzten analogen und die ersten digitalen. Und wir haben als einzige Generation die Möglichkeit, von beiden Seiten uns zu schöpfen und das Beste zu nehmen. Toll. In der Mitte zu stehen heisst aber, zwischendurch auch die Orientierung zu verlieren. Wohin geht die Reise? Wir Gen X sind zwischen 39 und 54 Jahre alt. Haben einige Jahre im Berufsleben auch schon verbracht. Doch jetzt, wo geht die Reise hin? Was machen wir aus dem, was wir gelernt haben? Und wenn du jetzt ein Babyboomer bist, oder ein Traditional, oder ein Gen X, oder ein Gen Y, Entschuldigung, Gen Y oder Gen Z, dann kannst du ruhig sitzen bleiben. Weil als Traditional oder Babyboomer wirst du die Fragen, die wir jetzt anschauen, schon erlebt haben, vielleicht immer wieder zurückerleben. Und als Gen Y oder Gen Z wirst du in den nächsten Jahren definitiv mit diesen Fragen konfrontiert werden. Weil wir alle drin, egal ob Gen X, Y, Z, Babyboomer oder Traditional, haben etwas gemeinsam. Wir haben einen Beruf. Wir haben einen Job. Wir arbeiten. Und wenn wir ein paar Jahre in diesem Job sind, kommt doch irgendwann mal die Frage, ist das, was ich mache, eigentlich noch richtig? Passt das noch? Entspricht das noch meinen Werten? Ja oder nein? Und so frage ich dich, wenn du dir diese Frage stellst. Bist du wieder Honigbär? Alles gut, ich bin happy, toll. Du hast einen Honigtopf bei dir, alles gut. Aber was machst du, damit dir niemand diesen Honigtopf wegnimmt? Bist du die Möwe, die seit Jahren in derselben Bucht fliegt? Immer dieselben Kreise zieht, glücklich dabei ist. Sie kann ja fliegen und zieht ganz viel. Zum Horizont und zurück. Und du vielleicht sagst, gibt es noch eine andere Bucht? Gibt es einen Horizont, wo ich noch hinfliegen kann? Und bin ich dann überhaupt noch Möwe? Okay, aber du gar nicht weisst, wie du das anpacken sollst. Oder bist du die Katze oder der Kater, der weiss, ich will den Vogel oder die Maus. Und fehlt dir noch die Strategie. Oder bist du der gelangweilte Bernhardiner mit dem Schnapsfass um den Hals, der weiss, dass es nichts mehr zu retten gibt, weil heute die Verschütteten halt nicht mehr mit Schnaps gerettet werden und versorgt werden, sondern mit innovativeren Mitteln. Und du zum Fotosujet verkommen bist. Wo hast du dich erkannt? Egal wo, du hast Fragen. Du fragst dich, wie kann ich das Gute bewahren und wie kann ich Lücken schliessen? Wie kann ich Bedürfnisse und Ziele erreichen, die mich weiterbringen? Und wünsche dir dann nicht auch einen Plan und Antworten, die einfach und klar verständlich sind. Dass du nicht alle Brücken runterreissen musst, dein Leben auf den Kopf stellen musst, sondern einfach Step by Step vorgehen kannst. In deinem Tempo. Aber bitte auch nicht zu langsam, weil wenn du dir zu viel Zeit lässt, dann klopft sie irgendwann an die Tür. Die Midlife-Crisis. Und das brauchst du nicht. Ich war schon zweimal in meinem Leben so, in einer Situation. Ich war jedes Mal die Möwe. Meine berufliche Laufbahn hat in der Finanzindustrie begonnen. Da war ich Privatkundenberater, heute nennt man das Relationship Manager. Und das war ganz spannend und ging gut. Und die erste Beförderung stand vor der Tür, ich machte eine dreijährige BWL-Ausbildung. Und als ich die dann beendet habe, habe ich mich gefragt, so und jetzt, was machst du jetzt daraus? Bleibst du jetzt bis 65 auf dieser Bank? Und meine innere Stimme und die Möwe hat gesagt, nein. Also habe ich mich hingesetzt und mich gefragt, warum stehe ich jeden Morgen auf am Desk und rede mit meinen Kundinnen und Kunden? Und die Antwort war nicht mehr der Dunst, der Wall Street von Michael Douglas, der mich mal fasziniert hat. Mein Antrieb war, mit Menschen zu arbeiten, die Bedürfnisse zu erkennen, Lösungen zu suchen und meine Kundinnen und Kunden davon zu begeistern. Und was lag da nahe? Marketing. Marketing, das war's. Cool. Ghibli und Ganape. Nun, hat die Marketingwelt nicht auf einen Banker mit einer dreijährigen BWL-Ausbildung gewartet? Hat sie das? Nee. Musste ich schmerzhaft erfahren. Ja, Herr Johann, das ist sehr schön und gut, aber ich glaube nicht, dass Sie in unserer Marketingabteilung Platz haben. Bei unserer Agentur, passt schon. Okay, gut. Also habe ich mich für den anderen Weg entschieden und mich in der Finanzindustrie über das Produktmanagement, ins Marketing bis zum Marketingleiter Private Banking weitergebildet und weiterentwickelt. Und das war ganz spannend. Kundenevents, Incentive, Kampagnen. Und irgendwann habe ich mich dann gefragt, warum machst du das eigentlich nur für Bankkunden? Das könnten doch noch andere gebrauchen. Und da gibt es doch diese Agenturen, die vor ein paar Jahren noch mal gesagt haben, nein, wir können sie leider nicht gebrauchen. Gut, da klopfe ich jetzt auch nicht mehr an, mach doch eine eigene Agentur. So, mein eigenes kleines Ladderli, wie man so schön sagt. Und das habe ich dann 2002 gemacht. Da habe ich eine Kommunikationsagentur gegründet mit meinem sehr guten Freund. Und wir wussten gar nicht, wie das so funktioniert. Aber wir haben es gemacht. Ich habe weiterhin auf der Bank gearbeitet. Schön, kam Geld rein. In der Freizeit Agenturaufbau. Das war eine tolle Zeit. Und heute beschäftigt diese Agentur 16 Mitarbeitende in Luzern und Muthenz und Andermatt. Und diese Mitarbeitenden bedienen Kunden. Von KMU bis zum internationalen Grosskonzern. Wie Roche, CSS, Credit Suisse, Valiant. Und das hat Spass gemacht. Das war irgendwo, wow, da kam Drive rein. Du bist ein eigener Unternehmer und das war die eine Seite. Wir haben Siege gefeiert, aber wir mussten auch Niederlagen verdauen. Und in dem Moment, wo der Kunde anruft, kennst du schon, oder? Er sagt, toll Job gemacht, das fanden wir super. Aber wir haben uns für die andere Agentur entschieden. Und in dem Moment sinkt deine Energie ins fünfte Untergeschoss und du wirst von Rocky zu Pfeifel, dem Mauswanderer. So, still, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. So fühlst du dich dann. Oh, scheiße. Und das Damoklesschwert, das du als Unternehmer über dir hast, das ja heisst, kommen jeden Monat die Kosten wieder rein, das war dann plötzlich nicht mehr ein Florett, sondern das war das Heiländerschwert von Christopher Lambert. Da musst du durch. Und dann auch die limitierenden Glaubenssätze und Überzeugungen. Sind wir denn gut genug? Da gibt es auch so viele tolle Mitbewerber in diesem Kommunikationsbereich. Da musst du auch durch. Das haben wir gemacht. Und es war eine schöne Zeit. In 2014, ich war 42 Jahre alt, habe ich mal eine Auszeit genommen. Vier Wochen mit Familie, Freunden, Ferien. Und da kam wieder die Möwe, vielleicht weil wir in Italien am Meer waren, ich weiss es nicht, und hat wieder angeklopft. Willst du das jetzt noch machen? Bis 65. So diese Kommunikation, du hast langsam graue Haare, passt denn das noch? Und ich musste mir sagen, nein. Und ich habe mich wieder hingesetzt und gesagt, wo ist denn jetzt wieder mein Warum? Wo sind denn jetzt die Werte hin? Und die Antwort war, dass mein Antrieb war, dass ich halt die Menschen, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben, dabei begleitet habe, ihre Ziele zu erreichen. Und das sind wirtschaftliche Ziele und auch persönliche Ziele. Und das war mein Warum. Und aus diesem Warum habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht. Ich habe gesagt, das will ich, das passt, die Beratung, mit Menschen weiterhin zusammenarbeiten. Und bin heute als Coach und Trainer unterwegs, tätig. Und ich berate Privatpersonen und Unternehmungen in Weiterentwicklungs- und Veränderungsprozessen. Und die Erkenntnisse, die ich als Unternehmer, aber auch als Angestellter gemacht habe, die helfen mir heute ungemein. Die kann ich einflissen lassen, diese Prozesse, in diese Trainings und diese Coachings. Das hilft mir. Aber am wertvollsten, war meine Erkenntnis, dass das Glück und die Erfüllung, sei es privat oder beruflich, nur ihre drei Essenzen, drei Essenzen enthält. Und diese drei Essenzen sind Performance, Leistung, Passion, die Leidenschaft und der Profit. Und in diesen drei Essenzen musst du dich wiederfinden. Was heisst Step 1 für dich? Performance, Leistung für dich. Ist es immer der Beste zu sein? Immer gewinnen? Immer vorne dabei? Oder ist es Dienst nach Vorschrift? Ist Leidenschaft, mit Menschen zusammenzuarbeiten, mit vielen Menschen, unterwegs zu sein? Oder ist es in stillen Kämmerlein, ein Uhrwerk auseinanderzunehmen? Oder eine mathematische Formel zu entschlüsseln? Und was ist Profit für dich? Ist das viel Lohn? Viel Boni? Fringe Benefits? Oder ist das halt einfach die Anerkennung deines Umfeldes, die dich nährt und stärkt? Und erst wenn du dann für dich mal herausgefunden hast, was diese drei Essenzen für dich bedeuten, dann machst du dir mal Gedanken darüber, welcher denn das Wichtigste, das Zweite und das Drittwichtigste für dich ist. Und dann gibt es vielleicht Werteverschiebungen, wie bei meinem guten Freund Martin, der in Hongkong war, führt ein Private Banking Team, verdient eine halbe Million und wird befördert und befördert und befördert, ist aber todunglücklich. Weil er eigentlich lieber im HR sein möchte. Da ist das Gefüge durcheinander geraten in den Jahren. Und auf der anderen Seite bist du vielleicht wie Ludwig, der ein Orchester dirigiert, auf den grossen Bühnen dieser Welt spielt, mit den besten Künstlern und das geniesst. Aber 6000 Schweizer Franken nach Hause bringt. Aber wenn er in sich geht, sagt, das ist es mir wert. Und ich bin glücklich. Da ist das Gefüge noch da. Und wenn du diese Erkenntnisse gemacht hast, dann mach eine Standortbestimmung. Dann setz dich hin und sag, aus diesen Erkenntnissen habe ich Werteverschiebungen. Wie sieht es bei mir aus? Wo ist meine Leidenschaft? Wo ist meine Performance? Meine Leistung? Wo ist mein Lohn? Passt das noch mit meiner heutigen Situation? Und dann fragst du dich, wie kann ich das Gute bewahren, wenn es eben gut ist, Honigbär, damit der Keil in den Topf nimmt. Und du fragst dich, was du noch brauchst, weil du einen Schritt weiter gehen möchtest. Und dann machst du einen Plan mit Zielen. Und dann lässt du dich vielleicht begleiten von einem guten Freund oder einem Mentor. Ein guter Plan ist genau die halbe Mitte, sage ich dir. Ist toll, einen guten Plan zu haben. Ich rate dir, mach dich auch mental fit. Mach dich mental fit, viele Siege zu feiern. aber wohl dosiert, weil irgendwann, wenn der Wind of Change dreht und vom Rückenwind zum eisigen Gegenwind wird, da brauchst du mentale Stärke. Da musst du weitermachen, wollen und können. Mach es Schritt für Schritt und stell nicht dein ganzes Leben auf den Kopf. Du hast Zeit. Nimm dir die Zeit, wie es für dich passt. Also, meine lieben Jen Eckler oder alle anderen, die unter Umständen mal in eine Veränderung reinkommen, macht was. Macht was. Ihr Bären, beschützt euren Honigtopf. Möwen, schlagt eure Flügel auf und geht zu neuen Buchten hin. Katzen, macht eure Strategie und Bernhardiner, reiss dir dein verdammtes Schnaps fast weg und erfinde dich neu. Da draussen in der Welt wartet jemand auf dich. Da draussen in der Welt gibt es was, das auch noch für dich da ist. Deine Reise, die hat erst begonnen. Sie hat erst begonnen und du kennst den Weg. Mach es. Mach es Step by Step. Mach es gut. Mach es gross. Ich wünsche dir eine gute Reise. Vielen Dank.